Meine Damen und Herren, es ist der Abend einer historischen Synode, die es in dieser Form in den 50 Jahren seit der Gründung der Synode durch Papst Paul VI. wohl noch nicht gegeben hat. Erstens ein synodaler Weg über zwei Jahre, zwei Sitzungen der Synode, eine außerordentliche, eine ordentliche, eine weltweite Befragung der Katholiken bis in die Pfarren, ein intensiver Gesprächs- und Diskussionsprozess, der das Thema Ehe und Familie in unglaublich intensiver Weise ins Gespräch gebracht hat. Mein Schreibtisch in Wien hat eine ganze Bibliothek von Büchern, die in den letzten zwei Jahren zum Thema Ehe und Familie erschienen sind. Und das ist nur ein Ausschnitt aus dem, was publiziert worden ist. Papst Franziskus hat uns, wie man im Sport sagen würde, eine Steilvorlage gegeben, gemacht, nämlich eine Vorlage, dass wir vor allem und zuerst genau hinschauen und hinhören und nicht zuerst mit unseren fertigen Kategorien kommen, sondern mit der Offenheit des Verstandes und des Herzens hinzuschauen, wie schaut die Situation von Ehe und Familie heute aus, wie sieht die Lebenssituation von Menschen aus, die sich nicht für eine Ehe entscheiden können, aber doch für ein Zusammenleben. Wie sieht die Situation von Familien aus, die Brüche erleben, die das Scheitern ihrer Beziehung, ihrer Ehe erleben, hinzuschauen und nicht gleich zu urteilen, sondern zuerst einmal wahrzunehmen. Und ich denke, das ist in erstaunlichem Maße gelungen. Es ist eine Schule, es ist ein Weg, Synodos heißt ein gemeinsamer Weg, Synodos, gemeinsamer Weg. Es war und ist ein gemeinsamer Weg. Und ich denke, das, was Papst Franziskus die Konversion Pastoral nennt, die pastorale Bekehrung, nämlich die Hinwendung zu den Menschen zuerst hinschauen und dann nicht urteilen, nicht richten, sondern begleiten und dann das zu tun, was Ignatius von Loyola, der Ordensvater der Jesuiten und der, der Papst Franziskus sehr geprägt hat, nennt die Unterscheidung. Und ich denke, das ist das Schlüsselwort der Synode in allen schwierigen Fragen, die natürlich nach Antworten rufen, manchmal sogar schreien. Es gibt keine Rezepte, es gibt keine Generallösungen. Es gilt hinzuschauen und zu unterscheiden. Deshalb würde ich sagen, drei Stichworte, hinschauen, begleiten, unterscheiden. Das sind die Stichworte auf dem Weg, den Papst Franziskus uns durch diesen synodalen Vorgang hat führen wollen. So viel einmal zum Ersten. سundern. Das ist die Stichworte auf dem Weg.